So, hier bin ich ja letztens hängen geblieben. Aber diesmal nicht. Du, 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 scheiß Wand, du. So, jetzt fühle ich mich besser. So, hier ganz so Nades einsammeln. Ja, mal gucken, was soll ich denn hier noch so alles an Waffen rum? Na, die ist ja ein bisschen leer. Jetzt ist sie wieder voll. Ah, ein Loch in der Wand. Und immer weiter durch die Wildnis, durch die Häuser. Die, glaube ich, auch schon mal bessere Tage gesehen haben. Ah, Checkpoint. Ah, Hilfe, ich bleib am Baum hängen. Das fehlte auch noch, dass ich jetzt in der Grafik vom Baum festhänge. Ich hab schon in der Wand festgesteckt. Das hat mir schon gereicht. Was? Spider-Man? Oh, nein. Scheiß Wespen. Ihr kriegt das hin. Oder auch nicht. Immer schön die Granaten schmecken. So, Bäm. Oh, müssen draufschieben. Oh, nein. Fucking Skinjob. Schnell nach oben. Oh, was tausche ich denn aus? Ich würde sagen, du duckt die. Erstmal. Und noch eine Spider-Man auch. Ja, ich kann mir das gut denken, dass du die Dinger nicht magst. Noch einer von denen. Hier ist irgendwo ein Nest. Oh. Kann man MG wieder nehmen? Huhu. War's das? Ich hoffe. Ja, in der Zukunft sieht es nicht rosig für die Menschheit aus. Man bleibt in Wänden hängen. Vielleicht sogar in Büschen. Das ist schrecklich. Na egal, wir gehen einfach mal weiter. Ich find das mal so lustig, dass die Gegner immer genau die Wände einreißen, wo wir auch lang müssen. Das find ich immer sehr... Sitzhof, Ellen. Ja, in der Zukunft gibt es auch sehr viele Zufälle. Äh, Chatpoint vielleicht? Danke. Hab nichts gesagt. Wenn von den Dingern hab ich ja keine mehr, muss ich die nehmen. Hab nämlich irgendwie ne ganz... blöde Befürchtung. Hier ist noch alles so grün und freundlich. Also im Vergleich zum Rest. Hm, tauschen wir mal. Oh, und Granaten normale. Was? Skinjobs? Wo? Oh. So, einer weg. Hier wird gar nichts flankiert. Hier wird höchstens was... terminiert. Angie, cover me! We've got wass, Connor. Oh, diese... Wespen, die regen einen auch auf. Oh, da haben wir noch einen Skinjob da hinten. Und nur noch eine Granate. Oh! Ah, die war ja voll verunglückt. So. Verreckt, du Mistvieh. Ui, ui. Da wäre es fast dummig geschehen. Ja. Super Entscheidung für den heutigen Tag. Wir hauen ab, bevor die wiederkehren. Wieso kommen die wieder? Ich habe sie zerstört. Die können nicht wiederkommen. Hoffe ich. Du hast keine Anlage erreicht. Juhu! Schönes Ding. Ich habe keine Anlage erreicht. Ich habe keine Anlage erreicht. Aber das bedeutet, dass keine Anlage nicht mehr gibt. Wir sind zu cover. Wir gehen in groups of zwei. Insofern, wir werden die Anlage verbrechen. Wir sind gut? Ja. Ich bin gut. Right behind you, Conor. Something ain't right. No robots in here. They don't need guards. We're probably the first human, who ever set foot inside this place. Or it could be a trap. Kapitel 7, Angie. Are you ready, Barnes? Born ready. Mal gucken, was hier jetzt abgeht. Ich hoffe nicht allzu viel. Oh ha, oh ha. Sieht ja sehr freundlich alles hier aus. Ja, das ist verständlich. Wir sind hier falsch. Obwohl, ich hoffe nicht, dass wir hier in irgendeiner Form und Weise falsch sind. Ich hoffe nicht, dass wir hier in der Lage sind. Sie haben beide einen Perimeter gelegt. Ich werde es sehen, ob ich einen von diesen Dreihen kann. Warteig, John. Sie sind verständlich. So Skynet sollte nicht wissen, dass sie sich verraten. Wie gut ist das? Alles auf einem Super, auf die Hooter Wow Ah shit, die zweite war jetzt Verschwendung Naja, okay Noch irgendwo welche? Oh shit Schwarzen Eggers Oder irgendwie so Oh, schnell alles mögliche an Waffen erst mal wechseln War's das? Nope Da fällt noch eine Wollen wir schon aufpassen Nicht, dass hier gleich so ein T600 haben Meint nämlich mal ein bisschen zu präforieren Das wäre nicht so Sonderlich schön Oh, wie viel halten die aus? Ich sehe keine Wo sind die denn? Oh shit Ich bin weg, 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 weg Puh Das war Knapp Und Ähm Elab Edge Himmelarsch Wie viel kommt denn da noch Oh, 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 oh Schnell weg Ah, ich hab noch eine Wo ist der? Auf der Reise, auf der Reise! Was? Oh shit Komm her, Arnold So Arschloch, du Eat this Ah Noch so einer von denen Bleib mal ein bisschen schneller nach So, das Einschuss Und Der zweite Wah Der lebt noch Uiuiuiuiuiui Was? Woh lang? Ich soll vorgehen? Ich will nicht! Können wir nicht auf demselben Weg Wieder zurücküber reingekommen sind? Das wäre weitaus komfortabler Dann weiß ich, da sind keine Gegner Oder kommen wir da abends? Nein Ah Mir schwart nichts Gutes Oh fuck Und ich mittendrinne Geht sie weg Ei, 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 ei Ey, das war meiner Egal Oh, das war's jetzt Wofür ich Was, Maschinen? Wollte ich schon grad sagen, ne? Herrschaftszeiten Wie viel von den Wespen kommen denn da noch? Und wie viel Spinnen vor allem Ding Ich schleiche mich einfach hinter die Ehe, ehe, ehe Oder auch nicht Stirb Naja Sterben können die ja gar nicht Nicht wirklich Können die ja nur Kaputt gehen Äh, wie viel Muitionen habe ich dafür noch? Noch, okay Können wir die auch noch ein bisschen behalten Oh, da sehe ich noch Granate Die Ich voll habe Davon habe ich keine Davon nur zwei Okay Wo? Wo? Oh nein Oh nein, ein Arnold Oh, verreckt doch endlich Ah, shit Shit, shit, shit Hab ich da jetzt eingesammelt Okay, ihr wollt's nicht anders Ah, ich schieße daneben Zack Der da muss weg So Jetzt weiß ich, dass uns die Zeit davon lauft Aber dafür kann ich nun auch wieder nichts Oh, das Wunder dahin gehend ich ganz gerne Wenn ich noch einen Granatwerfer finde Dann werde ich den natürlich wieder aufnehmen Aber Für eine Kugel lohnt sich der nicht zu behalten